Unser Land mag erweitert sein, doch hier unten droht der Feind ebenso Land von uns streitig zu machen. König Sinutep und König Harkor stehen vor den Toren von Sudenburg und wollen hier Milo Braun herausfordern. Das wird richtig, richtig schwer. Und das können wir unterstützen mit Dan Wallace von Karstein. Und zu ihm gibt es eine kleine Lore und die lese ich euch einmal ganz kurz vor. Dan Wallace von Karstein, ein unbedeutender Vampirfürst im Gefolge des großen Meister des Untods, war seit seiner Erweckung lediglich ein Kurier für seine Lordschaft. Unwichtig und unbemerkt, mehr ein Logistiker, der Manfreds wahre Truppen durch die Dünen und das Sandmeer führen sollte. Doch all dies änderte sich mit der Schlacht gegen König Hekenurus, ein Sandflot, so unbedeutend, um als Gegner seiner Lordschaft überhaupt wahrgenommen zu werden. Und ein perfekter Kandidat für die unheilige Feuertaufe des Dan Wallace. Ob schon in Truppenteilen unterlegen und gepeinigt und gejagt von Streitwegen des Feindes, die das Schlachtenglück um ein Haar gewendet hätten, gelang es doch schließlich knapp, den Sieg zu erringen. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Und dies ward geschuldet, dem unbändigen Willen, gespeist aus der Wut der fehlenden Beachtung, als ein niedriger Spross der Blutlinie. Und würde sich dieses Ansinnen nun in den Augen der Lordschaft Manfred von Karstein ändern, oder wäre er weiterhin nur weniger als ein etwas besserer Karawanenführer für Einheiten? Die Zeit und mit ihr, der totale Krieg, wird es zeigen. Dan Wallace von Karstein muss hier an dieser Stelle Milo Braun unterstützen. Dafür geht er in den Gewaltmarsch und zieht ganz schnell hier runter zu Sudenburg. Wir könnten mit Milo Braun hier natürlich auch entsprechend ausfallen. Das hätte den großen Vorteil, dass König Harkor hier an dieser Stelle noch im Gewaltmarsch ist und demnach auch im Kampf müde wäre. Aber ich glaube, wir schaffen das nicht. Der Milo Braun hat hier sehr viele schwache Einheiten. Auch die Garnison hat jetzt nicht die besten Einheiten hier. Auch viele Zombies und Skelettkrieger. Das bringt nicht so richtig viel. Der Feind ist hier einfach mit einer 40er Armee vor den Toren. Wir müssen eigentlich darauf spekulieren, dass er uns angreift, weil wir dann die Verteidigungsstellung haben. Wir haben Türme. Und dann gibt es noch Hoffnung. Ja, Hoffnung gäbe es vor allem, wenn tatsächlich Dan Wallace von Karstein hier dazu stoßen könnte und dann noch unterstützen könnte. Dann sähe das ganz anders aus. Okay, müssen wir mal schauen, wie sich das zeigen wird. Manfred von Karstein könnte sich jetzt um verschiedene Dinge kümmern. Er könnte entweder hier zu Torek Eisenstirn gehen und Karak Urrut angreifen. Das würde sich aber nur für uns lohnen, wenn hier eine Bedrohung anstehen würde. Also wenn Torek auf uns losmarschieren würde. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und wir können auch einmal gerne schauen, ob Kroggar und Torek im Krieg sind. Nein, sind sie auch nicht. Okay, aber dennoch denke ich es eigentlich nicht. Denn unsere Landen sind für die Zwerge ebenso nicht so super bewohnbar. Und er hat sicherlich andere Probleme, nachdem er hier zurückgedrängt wurde nach Karak Urrut und hier unten Karak Zorn entsprechend verloren hat. Ich glaube, dass die größere Gefahr hier unten kommen wird. Und zwar von Kroggar oder Tlacquar. Es wäre richtig gut, wenn wir uns hier einen Bündnispartner suchen könnten. Entweder hier oben, damit wir den Norden abgesichert haben. Oder hier unten, damit wir den Süden abgesichert haben. Weil diese vier Frontenstellungen können wir nicht auf Dauer durchhalten. Problematisch ist natürlich, wir haben es gerade gesehen, dass uns alle hassen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns entsprechend beiseite stehen, ist nicht so super groß. Und unser Verbündeter hier, Arkan der Schwarze, selbst der wird gerade massivst zurückgetrieben. Wir können dennoch einmal kurz in die Diplomatie gehen und schauen, was es da so alles für Möglichkeiten gäbe. Also Tlacquar, stärker Rang 6, ein sehr, sehr starker Feind, könnte ein richtig starker Bündnispartner sein. Zumindest, wenn wir nicht Angriffspakt hätten, wäre das schon richtig viel wert, weil wir uns dann nicht auf den Süden fokussieren müssten. Was man überlegen könnte, man könnte hier diese Siedlung wieder einnehmen und Tlacquar geben und somit einen Austausch schaffen und einen Wert bieten, damit er den Nicht-Angriffspakt annimmt. Über die Zeit würden wir dann auch immer bessere Beziehungen zueinander bekommen. Und dann könnten wir vielleicht sogar irgendwann ein Schutzbündnis einrichten. Aber momentan will er das nicht. Dann können wir uns einmal Korn anschauen mit Skabrand. Skabrand der Ausgestoßene. Und Skabrand der Ausgestoßene dominiert den Norden gerade. Der will aber noch weniger einen Nicht-Angriffspakt, ist zwar deutlich schwächer als wir, aber er ist natürlich ein Kriegstreiber und es lüstet ihm nach Blut und nach Schädeln für den Schädelthron. Das heißt, er will das nicht. Können wir wenigstens mit Torek ein Friedensabkommen schließen? Nein, das wird auch niemals passieren. Das ist wirklich ein Problem. Wir haben hier gerade keine großen Möglichkeiten, neue Freunde zu finden. Dann schauen wir doch einmal kurz, ob es eine Möglichkeit gibt, zumindest zu handeln oder einen anderen Nicht-Angriffspakt zu schließen, den wir vielleicht gerade nicht auf dem Schirm hatten. Das ist alles nicht möglich. Wir müssen uns hier unsere Freiheit erkämpfen. Es ist kein Platz für Diplomatie. Das heißt, Manfred, du bewegst dich hier in den Süden. Wir rekrutieren hier an diesen beiden Stellen noch nicht. Auch deshalb, damit wir hier weiter Geld einnehmen können. Der Norden ist natürlich sehr unbewacht gerade. Aber wenn wir auf den diplomatischen Status schauen, ist der Norden nur von dieser Seite und von dieser Seite hier zugänglich. Und diese Front hier wird gerade von Milo und Dan Wallace abgedeckt. Und es ist quasi nur diese Front, die wir hier offen halten. Aber diese Front hier ist gefährlicher mit Krokgar. Vor allem, weil wir wissen, dass er sich in der letzten Runde hier aufgehalten hat. Deswegen machen wir das jetzt. Dann können wir noch in den Technologiebaum gehen und gehen hier natürlich weiter. Anführer des Rudels. Wir wollen hier hinten hin und die Wargulfs, Wargeists und Flederbestien buffen. Und wir können auch hier in die Blutlinie rein und können entsprechend hier an dieser Stelle einen weiteren Kommandanten erwecken und bekommen mehr Kontrolle, mehr Armbrustschützen. Und das ist sehr, sehr schön. Die Blutlinie ist erweckt und jetzt sollten wir auch wirklich nirgends mehr Kontrollprobleme haben. Hier sehen wir das auch. Sehr gut. Wir sind hier bei 0, obwohl kein General mehr anwesend ist. Das ist wirklich ein sehr gutes Zeichen. Zumal wir hier tatsächlich auch noch Mali haben, die mit der Zeit verschwinden werden. Da ist Plündern mit drin, da ist Instabilität drin, weil wir es gerade eingenommen haben. Das ist wirklich gut an der Stelle. Wir haben noch 1500 schwarze Magie, aber die wollen wir investieren, hier entsprechend dann eine Garnison zu bauen. Aber jetzt investieren wir es erstmal in die verhexte Edelsteingrube, damit wir hier noch mehr Einkommen generieren, noch mehr Handelseinkommen haben und im besten Fall noch interessanter werden für andere Handelspartner. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen eine Runde weiter und wenn Sudenberg angegriffen wird, ja, dann müssen wir dieses Spiel spielen und ganz, ganz stark hoffen, dass wir hier mit Milo Braun wirklich eine Legende auf unserer Seite haben und er nicht in der Bedeutungslosigkeit untergeht und Dan Wallace das dann gerade biegen muss. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass Milo Braun mit seinen heroischen Schlachten, die er schon geschlagen hat, hier auf Dauer ein Zeichen setzen wird und irgendwann unsterblich wird. Denn diesen Skill hat er noch nicht gelernt. Den bekommt er erst mit Level 20. Die Winde der Peinen. Wir haben mehr Energiereserve der Winde der Magie. Und zwar nicht nur wir, sondern alle Fraktionen, die hier auf der Karte leben. Dan Wallace wird sich jetzt weiter nach vorne begeben, aber er geht aus dem Gewaltmarsch raus. Das ist wichtig. Denn diese beiden Armeen könnten ihn dann sonst angreifen und hätten keine Möglichkeit zu flüchten an der Stelle. Deswegen ist das extrem wichtig und wir werden hier jetzt auch Tote erwecken. Und wir haben hier eine absolute Billo Armee auf der Seite von Dan Wallace. Aber in Angesicht dieser Bedrohungslage holen wir jetzt auch mal ein bisschen bessere Einheiten dazu. Und was sehen wir hier? Wir sehen richtig starke Einheiten. Also wichtig wäre mir natürlich ein Leichenkarren. Und da gehen wir in den Reihen mit dem unheiligen Sog, damit wir hier die Massenregeneration haben. Und es gibt hier auch richtig tolle weitere Einheiten, die wir rekrutieren könnten, wenn wir das Geld hätten. Also die Flederbestie oder den Mordeschrein oder sogar ein Wagulf. Aber dafür reicht hier das Geld nicht. Aber es würde reichen, hier zumindest einmal Verfluchte mit Zweihandwaffen reinzuholen. Oder sogar einmal Gespenster. Aber die Verfluchten mit Zweihandwaffen finde ich gerade eigentlich spannender. Oder Verfluchte, normale Verfluchte, damit die ein Schild haben, denn der Feind hat auch viele Bogenschützen. Könnte man sich auch überlegen. Einmal normale Verfluchte. Und der Rest wird mit Skelettkriegern und Zombies ausstaffiert. Jetzt haben wir hier eine 18er Armee. Und sollten hier so langsam eine Dominanz ausstrahlen. Das heißt, dass dieser Feind uns eigentlich angreifen muss in der Siedlung. Weil er sonst wahrscheinlich keine Chance mehr haben wird. Manfred von Karstein ist in Karsabar angekommen. Und wir sehen, Krokgar macht tatsächlich ernst. Er schickt hier seine Agenten hoch. Zu Manfred. Manfred selbst hat gerade keine so starke Armee. Müsste eigentlich auch nochmal selbst rekrutieren. Das ist ein kleines Problem. Deshalb werden wir jetzt nicht in den Gewaltmarsch hier nach vorne stolzieren. Sondern erstmal ein bisschen scouten. Und kein zu großes Risiko eingehen. Wenn wir jetzt hier angegriffen werden. Kann er noch fliehen. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier tatsächlich eine immense Bedrohungslage. Wir sehen Krokgar und noch einen weiteren Kommandanten namens Oat Lanka. Ein Kroxigor Ältester. Und wir sehen hier eine gar nicht so schlechte Armee. Gerade hier die gesegneten Kroxigor. Eine große Herausforderung. Wie die Kampfechsen. Die mit der Randale Fähigkeit absolut durch unsere Infanterie durchpreschen können. Viele, viele Rotkampskins. Die auch sehr stark sind. Mit Giftattacken. Das heißt große Debuffs auf unsere Infanterie wirken können. Und Krokgar. Ebenfalls wahrscheinlich mit einer sehr starken Armee. Das ist ein Problem. Kasabar wird bedroht. Und zwar nicht zu gering. Okay, das ist wirklich ein riesiges Problem. Die Echsen kommen. Und auch König Kagitev kommt. Aber wir können da gerade noch nicht so richtig viel machen. Warum plündert er hier? Klar, weil er dann keinen Verschleiß hat. Und er selbst ist natürlich sehr stark angeschlagen. Hat noch zwei Agenten, die hier rumgelaufen sind. Die sind jetzt zusammengezogen. Hier kann sogar noch ein weiterer Agent dazustoßen. Nein, kann er nicht. Das ist so ein Necrotecht. Der kann einfach eine Ruine besiedeln. Aber zum Glück gibt es hier keine Ruine. Sonst könnte Cetra tatsächlich nochmal wiederkommen. Aber so wird König Kagitev hier nur plündernd durch die Landen ziehen können. Und irgendwann wird er zerschmettert. Aber wir haben keine Armee dort, die ihn zerschmettern könnte. Wir gehen eine Runde weiter. Es wird gerade so richtig spannend. Wir haben hier gerade zwei sehr spannende Fronten. Und wir bräuchten für beide Fronten eigentlich die gebündete Kraft der Vampirfürsten. Aber das geht gerade nicht. Wir können gerade nicht anders. Kroggar scheint sich zurückzuziehen. Das ist gut. Arkan der Schwarze. Möchte ein Schutzbündnis. Das gefällt mir eigentlich. Er ist mit den gleichen Fraktionen wie wir im Krieg, zumindest zum Teil. Aber er würde noch weitere Feinde mit sich bringen, die wir nicht automatisch als Feinde hätten. Aber die würden uns natürlich hassen, wenn wir dann entsprechend dieses Schutzbündnis eingehen. Arkan der Schwarze ist gerade sehr sehr schwach. Er ist super schwach und ist hier tatsächlich mit Reponse de Lyonnais richtig, richtig stark im Krieg. Und sie scheint den Krieg zu gewinnen. Wenn sie den Krieg gewinnt und wir haben hier gemeinsame Sachen mit ihm gemacht, dann wird sie uns hassen. Und wir hätten hier auf der ganzen Halbinsel einen riesigen Feind. Das machen wir nicht. Wir lehnen das ab. Wir haben gerade nichts von diesem Bündnis und wir müssen auch an unsere eigenen Grenzen denken, an unseren eigenen Schutz denken. Wir haben überall Feinde und überall potenzielle Feinde. Es gibt wirklich keine Grenze, wo ich sagen kann, okay, da geht gerade keine Gefahr aus. Das gibt es gerade nicht. Da müssen wir hinarbeiten. Aber wir arbeiten nicht darauf hin, wenn wir hier ein riesiges Gebiet zu einem potenziellen Feind erklären. Ein dunkler Nexus. Ein Nexus dunkler Magie umgibt uns, stärkt uns und erfüllt alles mit Unleben, was ihr wünscht. Es ist, als sei jede Nacht Geheimnissnacht. Wir müssen diese Segnung ausnutzen, solange sie uns erhalten bleibt. Energiereserve der Winde der Magie plus 10 für alle Armeen. Das gefällt Manfred und das gefällt vor allem auch dem Seelenwind. Krogga ist weiterhin hier, rekrutiert weiterhin. Aber die andere Armee ist tatsächlich nach vorne gewandert. Outlanka steht vor Manfred. Wir könnten mit Manfred noch weitere Truppen rekrutieren. Doch würde es reichen, Outlanka zu töten, ist die Frage. Er ist natürlich geschwächt an dieser Stelle, das ist schon mal gut. Aber diese Rotkampf-Skings sind wirklich stark. Die haben wirklich was drauf. Saurus mit Speer auch nicht zu unterschätzen. Diese Einheiten, die Kroxigore. Was könnten wir denn hier erwecken? Schauen wir uns doch einmal an. Ja, Gespenster wären eigentlich nicht verkehrt, wenn wir jetzt an die stark gepanzerten Saurus-Krieger denken. Aber es sind ja auch viele große Einheiten da. Und wir haben nicht so richtig viel gegen groß. Skelett-Sperrträger wären schon eine gute Sache hier für diese Armee. Und Fledermäuse auch, um die Fernkämpfer zu binden. Wobei, das könnte auch die Flederbestie machen. Also die Skelett-Sperrträger finde ich gar nicht so verkehrt hier in dieser Konstellation. Aber es reicht noch nicht mal, die ganze Armee aufzufüllen. Wir machen hier mal eine 20er Armee draus. Und gehen mit Manfred in eine Stellung, die uns unterstützen würde. Wobei, wir schauen uns einmal an, was hier das automatische Gefecht sagen würde. Wir können ja das immer abbrechen. Das ist ja kein Problem. Und es würde sogar ein Pyros-Sieg vorhergesagt werden. Danach können wir uns nach Kasabar zurückziehen. Dann machen wir das einmal. Töten hier Odlanka. Okay, es sieht ganz gut aus. Ja, sehr gut. Und wir gehen hier in die Magie rein. Denn mit Manfred ziehen wir uns jetzt zurück. Das heißt, wir schaffen es gar nicht nach Kasabar. Aber wir ziehen uns trotzdem zurück. Das heißt, Krokgar kann hier keine große Gefahr darstellen. Nur noch eine Armee. Er kann nicht mehr gebündelt angreifen. Das sieht ganz gut aus an dieser Stelle hier. Und Manfred bekommt einen weiteren Fähigkeitspunkt dazu. Und da gehen wir... Worauf ist die Frage? Wir könnten sagen, auf Lebensentzug. Wird beim Wirken eines Zaubers ausgelöst. Stärkt die Winde der Magie. Ja. Ja, Finsternis der Verzweiflung ist ein starker Zauber. Den finde ich eigentlich toll. Minus 16 Führerschaft. Bringt richtig eingesetzt Feinde schnell zum Fliehen. Das ist ganz gut. Oder wir debuffen mit Seelenfäule. Auch ein starker Schaden. Oder Antlitz des Schnitters. Bufft unsere eigenen Einheiten. Wenn unsere Einheiten kurz vor sind zu fliehen. Können wir nochmal Führerschaft auslösen. Bei unseren Einheiten durch Entsetzen und Angst gäbe es die Möglichkeit, dass der Feind anfängt zu fliehen. Das heißt, unsere Einheiten werden in der Führerschaft gebufft. Und der Feind wird gebufft. Aber beide Sachen müssen wirklich zur richtigen Zeit eingesetzt werden und angewendet werden. Deswegen für mich für den Moment vielleicht nicht das Wichtigste. Vielleicht sollten wir Manfred selber nochmal buffen. Und zwar mit Rüstungswerten oder Nahkampfabwehrwerten. Werte werden, damit er entsprechend länger durchhält. Wir haben schon gesehen, Manfred musste in der Vergangenheit schon immer mal wieder geheilt werden. Und wenn wir das minimieren können, können wir die Winde der Magie für andere Sachen ausgeben. Deswegen gehe ich hier einmal auf die Rüstung rauf. Ist aber definitiv diskutierbar, worauf man hier geht. Ob man das Zauberportfolio nochmal weiter ausbauen will oder nicht. Bei unserer Benchy gehen wir auf die Geschwindigkeit, damit sie im Notfall noch abhauen kann. Und dann ist mit Manfred auch alles in Ordnung an der Stelle. Beschädigte Gebäude. Hier oben. Ja, da hat ein Agent ein bisschen Schabernack getrieben in Katar. Wir reparieren das. Ist relativ teuer, aber wir haben gerade das Geld durch die Schlacht. König Kargitev geht in den Gewaltmarsch und ist damit fast tot. Nicht sehr schlau, aber ich will mich nicht dran stören. Und hier an dieser Stelle können wir langsam auch dazustoßen. Das ist gut. Wir können hier sogar nochmal Tote erwecken und starke Einheiten ausbilden. Das sollten wir auch tun. Aber so eine Flederbestie hier lohnt sich nicht. Wir haben nicht so viel richtig... Also wir haben nicht wirklich viel Einkommen gerade. Aber hier... Einmal Verfluchte. Nochmal für die Vorderlinien. Und einmal... Die Sensenreiter sind unfassbar stark, aber wir haben nicht so viel Geld. Das können wir nicht finanzieren. Und einmal Fledermäuse für die Bindung der feindlichen Bogenschützen. Und jetzt gehen wir hier ran. Und können hier wahrscheinlich nicht unterstützen, schätze ich mal. Ich denke, das wird nicht reichen. Schauen wir uns das einmal an. Wenn wir jetzt hier sagen, wir fallen aus. Doch, das reicht. Das reicht tatsächlich. Und könnten das sogar automatisch machen. Und es würden keine wichtigen Einheiten sterben. Dann machen wir das. Sehr schön. Milo Braun und Dan Wallace sind ein perfektes Duo. Gemeinsam haben sie es geschafft, hier die Dynastie von Rakav zurückzuschlagen. König Xenotep und König Harkor in den Abgrund zu verbannen. Und wir nehmen auch hier die schwarze Magie mit. Und Milo Braun und Dan Wallace haben es mal wieder geschafft, hier an dieser Stelle noch ein Stück mehr zur Legende zu werden. Milo Braun bekommt ein Level-Up. Und bekommt hier den dunklen Pakt. Einerseits. Und andererseits bekommt er... Ja, ich würde mal sagen, er bekommt... Die Erdung. Chance auf Kontrollverlust minus 15%. Ja, er bekommt die Erdung, damit er hier keinen Kontrollverlust erleiden wird. Und Dan Wallace, was bekommst du? Dan Wallace, bereits unsterblich. Und du bekommst ein Upgrade der Anrufung von Nehek. Also der Heilung. Und Dan Wallace wird mit seiner Armee... Runterziehen. Er wird Manfred helfen. Dan Wallace, du bist bekannt dafür, hin und her zu rennen. Dann lauf. Lauf, soweit du nur kannst. Und Milo Braun wird hier eine Bedrohungslage für El Calabat aufstellen. Er geht an die Grenze. Und wird hier zeigen, dass es ein Fehler war, sich gegen die Vampirfürsten, gegen die Konklave Drakenhofs anzulegen. Manfred von Karstein dürstet Rache. Wir können in der Stoßzahnebene auch hier die Siedlung ausbauen. Machen wir aber nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen hier erstmal Treibsand ausbauen. Das ist unsere wichtigste Provinz. Die müssen wir schützen. Die müssen wir weiter fördern. Aber wir könnten hier tatsächlich auch ein Upgrade durchführen, damit wir Wahrgeists und Leitheimsucher rekrutieren können. Oder hier für die Gruft schrecken. Da wir aber super wenig Einkommen haben, lassen wir das an der Stelle. Wir könnten sagen, die Provinz hier oben, die wird jetzt ein kleiner, die wird jetzt eine kleine Goldgrube. Und wir gehen hier nicht auf Garnison rauf, sondern auf Gebäude, die uns Einkommen bringen, die uns Einkommen generieren. Und das mache ich mal. Dadurch gehen wir und laufen wir natürlich Gefahr, dass wir hier an dieser Stelle angegriffen werden könnten. Und uns dann nicht so gut verteidigen können. Aber diese Gefahr haben wir gerade überall. Und diese Gebäude, diese Einkommensgebäude, die sind eigentlich ganz gut darin, relativ schnell sich zu rentieren. Wir sehen das hier. Der befallene Goldschacht ist nach zwei Runden, die er läuft, wieder reingespielt. Also das lohnt sich. Das heißt, wir bauen hier oben Einkommensgebäude. Und da sind wir dann auf einer ganz guten Seite. Numas ist hier tatsächlich noch nicht in der Lage, ein weiteres Gebäude zu bauen, welches uns Einkommen bringt, weil wir haben hier den Geigen schon. Hier könnte man tatsächlich überlegen, ob man hier den Leichenhaufen, also die Garnison, baut. Weil hier oben natürlich sich die meisten Angriffe fokussieren werden. Aber auch das lassen wir. Wir wollen unsere alten Pläne weiter voranschreiten lassen. Das heißt, wir können auch eine Runde weitergehen und haben hier unsere Landen schon richtig gut verteidigt. Also hier an dieser Stelle Krokgar in die Schranken gewiesen. Er kommt auch höchstpersönlich. Er leidet Verschleiß. Hier auf dieser Seite die anderen Gruftkönige von Rakav in die Schranken gewiesen. Sudenburg verteidigt. Und so langsam wird sich keiner mehr in den Krieg gehen und stürzen. Doch, was sagt die Reponse dazu? Die Reponse de Lyonnais. Sie erklärt uns den Krieg. Sie war der Grund, warum wir uns nicht auf ein Schutzbündnis eingelassen haben. Doch der Hass ist groß genug. Sie scheint Vorurteile zu haben. Und was ist das denn hier? Das ist ja wirklich das lächerlichste, was ich je gesehen habe. Schaut euch das mal an. Wir haben hier eine sehr geschwächte Armee von Milo Braun. Aber der Feind greift uns an mit einem Streitwagen und einem Kommandanten der Stufe 1. Und wir sollen das verlieren? Wir sollen das wirklich verlieren? Das führen wir, das Gefecht. Ich war hier gerade in Rage und habe versucht, die Reponse de Lyonnais runterzumachen. Und dann kommt hier die Dynastie von Rakav an und denkt, sie könnte uns wirklich schaden? Das denkt sie wirklich? Das wird sie nicht. Wir werden uns nicht kampflos hingeben. Nicht gegen so wenig Einheiten. Das schaffen wir. Ich glaube, das schaffen wir. Also wir stellen uns hier natürlich einmal auf, relativ passiv und nehmen hier den Hügel mit. Warum machen wir das? Damit der Streitwagen uns nämlich nicht allzu sehr nerven kann. Die Zombies kommen nach vorne. Also das Problem ist jetzt natürlich, dass hier die Einheiten auf... Also diese Zombies hier zum Beispiel sind nur noch 24 Zombies. Die haben gerade die höchsten Lebenspunkte, die sie haben können. Und die können wir jetzt nicht mehr heilen. Wir sehen, die haben nur diese Lebenspunkte. Aber die sind schon auf diesen 24 Zombies verteilt. Deshalb können wir nicht mehr heilen, weil Heilung nicht die Erweckung neuer Zombies schafft. Aber wir können beispielsweise den Leichenkarren hier an dieser Stelle heilen, weil ganz klar, weil der Leichenkarren natürlich eine einzelne Einheit ist und somit dann auch voll geheilt werden kann. Hier sehen wir das. Hier ist das Cap. Und die werden dann, glaube ich, einen ganz guten Job machen. Und unseren Kommandanten können wir natürlich auch heilen. Und ich glaube, das wird am wichtigsten sein. Zudem können wir Gruft Schrecken und Gruft Gule beschwören. Ich glaube, das sollte kein Problem sein an der Stelle. Der Kommandant ist natürlich eine schwierige Einheit. Der ist stark. Gar kein Ding. Das dürfen wir auch nicht herunterspielen. Aber das sollte trotzdem sehr, sehr gut machbar sein. Wir klumpen hier so ein bisschen. Warum? Weil der Feind eigentlich keine Einheiten hat, die vom Klumpen entsprechend profitieren. Und wir sind auch relativ weit weg, sind passiv, damit der Streitwagen hier nicht groß flankieren kann. Wir profitieren auch von den Regenerationsfähigkeiten. Das heißt, Milo Braun regeneriert hier an dieser Stelle auch schon, obwohl er kein Zauber auf sich gewirkt hat. Das läuft ganz gut. Und die Leichenkarren müssten eigentlich auch Leben dazu bekommen. Und ja, das passiert auch. Das heißt, je länger wir warten, desto mehr haben wir davon. Und die Winde der Magie sammeln sich hier an der Stelle auch. Das heißt, wir können mit Milo Braun gleich Gruft Gule und Gruft Schrecken entsprechend rekrutieren. Und das Geklumpe ist natürlich gut, damit hier die Regenerationsfähigkeiten schön auf die ganze Masse gehen. Wenn wir gleich hier zum Krieg kommen, zur Schlacht kommen. Denn der König Sachom und die Streitwegen können natürlich nicht auf einer breiten Schlachtreihe angreifen. Das passiert hier an der Stelle nicht. Wir werden hier einen relativ langweiligen Kampf sehen. Und je länger er sich hier Zeit lässt, desto besser für uns. Was natürlich auch gut ist. Der lange Weg wird den Feind schon erschöpfen. Das heißt, er wird nicht mit voller Vitalität hier oben ankommen. Und auch das ist schön, weil wir dann an der Stelle nämlich dann hier nicht nur den Hügelvorteil haben, sondern auch den Vitalitätsvorteil. Also, dass uns hier die automatische Berechnung gesagt hat, dass wir das verlieren, das ist ja wirklich schon ein großer Hohn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mal sagen, wir sind hier Steuergruppe 1. Steuergruppe 1 darf gleich zur Schlacht ansetzen. Und zwar schön in den Rücken der Streitwegen. Alle Mann rauf. Und dann kommen hier jetzt die Gruftschrecken, die ich overgecastet, beschworen habe. Und dann werden jetzt hier die Streitwegen als allererstes in die Mangel genommen. Die haben gar keine Chance. Schön umrundet. Kommen hier nicht mehr weg. Die Gruftschrecken natürlich auch sehr stark mit ihrem Waffenstärkenbonus von 70, sogar mit Bonus gegen Rüstungseinheiten hier. Der Streitwagen hat ja 80 Rüstung und natürlich hohen Nahkampfangriffswert. Das ist richtig gut hier. Der Streitwagen ist schneller zerstört, als man gucken kann. Gar kein Problem. Das ist wirklich so überhaupt gar kein Problem. Und da wir das jetzt getan haben, werden wir den Feind hier an dieser Stelle nochmal debuffen. Und alle raufschicken. Das wird ein großes Geklumpe. Und so richtig viel verlieren können wir nicht, weil wir haben ja hier die Leichenkarren, die entsprechend auch heilen werden. Und immer gegenheilen. Und dann können wir auch sogar den Seelenraub hier einmal anwenden. Dann ist er jetzt auch endlich mal sinnvoll an der Stelle. Sehr, sehr schön. Wir könnten sogar noch einmal Gruftschrecken beschwören. Das machen wir an der Stelle noch nicht. Und heilen brauchen wir auch gerade nicht. Das ist ja wirklich schön. Also das ist doch hier gerade die Bilderbuchschlacht, die man nur führen kann. Und das ist wirklich ein Hohn, dass uns hier gesagt wurde, dass wir das verlieren könnten. Dass das Spiel auch nur im Ansatz daran denken könnte, dass man das hier verlieren könnte. Das ist unter unserer Würde. Unter der Würde von Manfred von Karstein. Unter der Würde der Vampirfürsten. Ja, also wir können uns das ganze Spektakel mal in der Nähe anschauen. Hier wird gar nichts passieren. Dieser eine König schafft es nicht hier, auch nur eine Zombie-Einheit rauszuholen. Er wird hier immer wieder umgeschubst. Liegt natürlich an den großen, monströsen Einheiten der Gruftschrecken. Wenn da einer mal richtig gut trifft, fliegt der König um. Und da ist gar nicht gut Kirschenessen für ihn. Und das ist der Sieg. So einfach geht's. Das war mal ein einfacher Sieg. Das war... Fünf Verluste haben wir erlitten. Fünf Verluste. Und das werden wahrscheinlich Zombies gewesen sein. Der König hat sieben getötet. Der Streitwagen gar keinen. Ich lass es einfach mal so stehen. Ich lass es einfach mal so stehen. Und... Es ist einfach lächerlich, dass König Sachum auch nur im Ansatz dachte, dass er hier den legendären Milo Braun in die Knie zwingen könnte. Wahrscheinlich hätte es Milo Braun mit seinen wenigen Leben sogar im Alleingang geschafft. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit liegt in der Hand der Vampirfürsten. Und die Wahrheit ist, dass die Vampirfürsten sich ausbreiten werden. Dass die Vampirfürsten alles unterjochen werden, wer sich nicht unserer Sache hingibt. Wir werden siegreich sein. Und es gibt nur noch 143 verschiedene Fraktionen. Und eine davon sind wir. Und nicht nur irgendeine. Wir sind die 68 Stärkste. Und irgendwann wird hier die einstehen. Ich bin mir sehr sicher, dass das passieren wird. Hier oben gibt es einen Verzweiflungsakt bei Kemri. Da können wir ausfallen. Das liegt daran, dass er hier zerfallen würde. Deswegen greift er an. Automatisches Gefecht. Und er ist zurückgeschlagen. Das ist gar kein Problem. Und ansonsten sehe ich hier oben keine weitere Bedrohung. Torek Eisenstirn. Scheint weiterhin Muffensausen zu haben. Das finde ich hier richtig gut. Und hier an dieser Stelle ist Milo Braun. Und Milo Braun hat natürlich durch die Schlacht sogar profitiert. Denn er selbst und die Leichenkarren haben jetzt wieder volles Leben. Denn das konnte eben ausgeheilt werden. Das ist sehr, sehr schön. Hier an der Stelle könnte er El Calabat angreifen und auch gewinnen und siegreich sein. Wenn wir sagen, dass wir hier noch weitere Einheiten dazu holen. Wir haben nicht so super viel Geld. Das wissen wir. Deswegen müssen wir ein bisschen sparen. Bei der Auswahl der Einheiten. Aber wir können uns auf jeden Fall einmal Fluchritter gönnen. Und wir können uns auch nochmal Verfluchte hier reinholen. Und dann mit Speerkämpfern noch ein bisschen was gegen Groß reinholen. Aber nur zwei Speerkämpfer und dann gehen wir noch einmal mit Skelettsch... Äh, Schwertkämpfern. Genau. Jetzt haben wir hier eine 20er Armee und jetzt sollte El Calabat gar kein Problem sein. Wir schauen uns das einmal an. Und uns wird ein Pyros Sieg vorgeschlagen. Es sterben die Zombies und die Gruftgule. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir gehen in das automatische Gefecht rein. Und besetzen hier an der Stelle El Calabat. Denn wir müssen hier die Frevler bestrafen. Es kann ja nicht sein, dass wir hier einfach angegriffen werden und das ungestraft davon kommen lassen. Hier möchte ich kein Militärgebäude haben. Denn wir werden hier an dieser Stelle nicht exponentiell viel rekrutieren. Und wenn wir das machen und gerade auch diese Einheiten, die wir dort ausbilden können, und zwar Todeswilfe und Vampirfliedermäuse... ...dann werden wir an der Stelle ganz sicher nicht so viele holen, dass das hier nicht über die Tote-Ewecken-Mechanik ausreichen wird. Nein, hier kommt auch ein Einkommensgebäude rein. Damit es auch nicht ganz so schlimm ist, wenn hier El Calabat fallen wird. Denn wir sind hier an einer weiteren Grenze zu vielen Feinden. Natürlich, Rakav ist hier noch weiterhin vorhanden. Aber auch die große Wüste von Arabia, besetzt von der Repense de Lyonnaise, ist ein großes Problem. Hier breitet sie sich aus und hier wird sie stark werden. Und da wir jetzt mit ihr sowieso im Krieg sind, können wir auch mit Arkan, dem Schwarzen, ein Schutzbündnis machen. Aber ich schaue einmal kurz an, ob er im Krieg ist gegen Tlacwa. Das ist er nicht, deswegen können wir das durchaus machen. Bei Tlacwa müssen wir so ein bisschen auf unserer Seite halten. Ist aber nur noch Stärke Rang 102. Wahrscheinlich durch den Krieg gegen Kroka, die letzten Verteidiger. Auch nur Stärke Rang 63. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also mit Arkan werden wir jetzt hier ein Schutzbündnis ausmachen und er soll uns auch ein bisschen was dafür zahlen. Das finde ich gut. Und militärisches Bündnis will er erstmal nicht. Finde ich aber auch gerade erstmal nicht so spannend. Denn wenn wir es schaffen, dass wir hier die Reponse de Lyonnais zurückschlagen können, dann könnte es durchaus sein, dass sich Arkan, der Schwarze, hier doch noch ein bisschen ausbreiten kann. Im Schutz unserer Grenze dann wahrscheinlich ein richtig starker Bündnispartner werden könnte. Der dann hier nur noch Bordeleau zu bekämpfen hat. Ist das hier Bordeleau? Ich sehe doch einen Dreizack. Fahrende Ritter von Bordeleau. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Bordeleau ist. Ja, das ist die Bordeleau-Fraktion, die eigentlich hier in Bregon startet. Also wir sehen das hier nicht, aber hier ist Bregon. Die haben es tatsächlich über den großen Teich geschafft. Okay. Aber die sollten kein großes Problem sein. Sehr schön. Also hier an dieser Stelle sichern wir die... Ja, sichern wir die... Grenze mit Milo Braun in El Calabat. Dan Wallace von Karstein wird hier runterrennen und Manfred helfen gegen Kroggar. Aber Kroggar könnte vielleicht jetzt schon mal in seine Schranken gewiesen werden. Und wir schauen uns einmal an, was hier ein Kampf sagen würde. Das wäre eine mannhafte Niederlage. Ich sehe, warum. Wir haben viele, viele Fernkämpfer. Und wir haben nicht so viele Möglichkeiten, die rauszunehmen. Wir haben aber Möglichkeiten, sie rauszunehmen. Die Kampfechsenreiter mit Sperren sind natürlich richtig gemein. Weil die vor allem auch gegen die Flederbestie stark sind. Und so ein bisschen wie die Blutritter sind. Von der Art und Weise, wie man sie spielt. Auch Kampfechsenreiter gegen Blutritter ist ein Kampf, den man eingehen kann. Aber er wird für beide Seiten schmerzhaft. Wede Stegadon stark gegen unsere ganzen Infanterieeinheiten. Der rennt hier einfach rüber. Über die Zombies und dann die gesegneten Krogsigore. Ich sehe schon, dass das ein harter Kampf werden würde. Den müssten wir spielen. Aber wir können hier auch erstmal noch ein bisschen zurückfallen. damit wir unsere Armee stärken und Krog gar durch den Verschleiß noch weiter leidet. Dann können wir ihn hier so ein bisschen ausbluten lassen. Bevor wir diese Schlacht dann führen. Aber die sollten wir definitiv selber schlagen. Denn hier gibt es noch eine weitere Armee, die aufgestellt wird. Und zwar von einem Rotkamm-Skinke-Häuptling. So einen haben wir schon mal gesehen in einer Schlacht. Und haben mächtig versagt in dieser Schlacht. Das war hier unten. In Oreons Lager. Erinnert ihr euch? Oh Mann. Lang, lang ist es her. So einen Bagar gibt es jetzt bald. Das Upgrade, sodass wir auch hier dann endlich in die Garnison rein können. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und hier in Kasabar können wir auch irgendwann nochmal ein Mauer-Upgrade machen. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wie sieht es denn hier oben aus mit den Gebäuden, die uns mehr Geld bringen? Ja, wir haben hier sogar einmal die Möglichkeit, das Ressourcengebäude zu upgraden. Das bringt uns mehr Geld und mehr Ressourcen. Was uns dann über den Handel mehr Geld bringt. Das gefällt mir beides gut. Und hier haben wir halt nur noch so ein bisschen die Überreste von Kemri. Aber die werden jetzt die nächsten Runden aussterben. Also gerade hier, Baufra wird sterben und Fürst Inenza hat auch nicht mehr lange zu lachen. Spätestens wenn Baufra hier stirbt. Wobei er nicht sterben müsste. Er könnte einfach hier in Plündern gehen und die Agenten könnten nochmal zusammenziehen. Dann hätten sie ein bisschen mehr Macht. Aber es ist halt alles. Alles gelaufen für den Feind an der Stelle. Es sieht gut aus. Ich kann mich nicht beklagen. Wir machen hier einen richtig guten Job. Wir gehen nochmal eine Runde weiter. Und schauen uns dann an, wie sich das hier verhalten wird. Aber ich bin absolut guter Dinge. Kroka greift uns an. Wir gehen in den Rückzug rein. Es ist nur ein taktischer Rückzug. Natürlich kein feiges Wegrennen. Es ist der taktische Rückzug, um den Feind mit aller Kraft, mit aller Macht, die Gliedmaßen herauszubrechen, wie es sich für einen Vampirfürst gehört. Hier sehen wir unsere Lande. Wir werden immer größer. Wir werden immer mächtiger. Aber auch die Konkurrenz wird immer größer und immer mächtiger. Also Kroka hat sich hier auch ein schönes Stück abgeschnitten. So, wir schauen uns das einmal an. Klicken einmal alles weg. Also Kroka, legendärer Lord, hat ein riesiges Stück hier eingenommen. Tlacwa mit Tic-Tac-Toe hat sich ein riesiges Stück rausgeschnitten. Wir haben uns ein riesiges Stück rausgeschnitten. Arkan der Schwarze, unser Verbündete, auch ein legendärer Lord, ist gerade am Verlieren gegen die Repense de Lyonnaise. Auch sie große, große Bereiche hier an dieser Stelle. Also wir haben es hier mit sehr, sehr vielen legendären Lords zu tun, die sich natürlich durchsetzen, ist ja klar. Mit der Ausnahme von Rakav, die wir hier aber zerstören werden. Und natürlich von Oftos, der hier in der schwarzen Pyramide des Nagash residiert. Aber das ist natürlich auch gescriptet, dass die hier sehr, sehr stark ist. Die können wir uns irgendwann mal holen, wenn wir keine Feinde mehr haben. Aber ich schätze mal, dass das noch lange dauern wird. Also hier haben wir wirklich ein riesiges Problem. Umzingelt von Feinden. Natürlich hier auch Torek Eisenstörn als legendärer Lord. Und hier Skarbrand als legendärer Lord. Also um uns herum nur noch legendäre Lords, die allesamt ein ziemlich großes Gebiet haben. Und Imperialismus bedeutet zu Ende gedacht natürlich immer, dass es hier zum großen Krieg kommen wird. Aber wir können nicht mehrere Kriege gleichzeitig gewinnen. Da müssen wir wirklich aufpassen, wie wir hier vorangehen, wie wir hier voranschreiten. Und dass wir nicht in einen mehr Frontenkrieg kommen. Das können wir nämlich nicht wuppen. Das schaffen wir nicht. Aber an dieser Stelle können wir auf jeden Fall Krog gar besiegen. Der ist jetzt gut in Mitleidenschaft gezogen worden. Da können wir mit Manfred in der nächsten Folge hier die Schlacht selber schlagen. Da können wir schon mal diesen Feind sehr stark schwächen. Das ist gut. Und hier an dieser Stelle haben wir Tlacqua. Wir können gerne nochmal schauen, ob die irgendwas wollen, ob Tic-Tac-Toe irgendwas von uns will. Aber ein Nicht-Angos-Pakt steht gar nicht mehr so weit außer Disposition. Also da können wir vielleicht irgendwann den Süden zumindest absichern. Das wäre schon mal richtig viel wert. Und an dieser Stelle, ja, Milo Braun muss hier halten. Rakav rekrutiert hier weiterhin. Hier ist eine 19er-Garnison drin. Ja, das ist nicht einfach hier mit Milo Braun voranzuschreiten. Aber er kann auf jeden Fall halten und unterstützen. Denn Dan Wallace wird jetzt hier unterstützen, die Gebiete von Krog gar mit einzunehmen. Und vielleicht können wir dann über einen geschickten Tausch eine Bündnisschmiede mit Tlacqua voranschreiten lassen. Das wäre wirklich gut. Ja, so ist gerade das Bild. Alle hassen uns. Und wir sind in der Mitte, in der goldenen Mitte und werden von allen Seiten bedroht. Wann wird es zum Vier-Fronten-Krieg kommen? Ich hoffe nicht in der nächsten Folge. Aber wir werden es in der nächsten Folge herausfinden.